Debra, du weißt, wo die Minden sind? Prostation. Nicht zu weit von hier. Seid mir. Auf gemalten Türen. Guck mal, probieren wir einen schlechten Comic her. Du wärst aber der ideale Power Ranger. Na? Doch. Moment. Moment, Moment. Mal hier noch eine Sniper Rifle ausprobieren. Ha, awesome. Ähm. Na, kommen doch Hunde. Nicht wahr? Lauf mal vor. Keine Upgraded. Pumpgun. So. Äh. Was für Viecher. Volvo. Baubaus. Vienen. Keine Ahnung. Ja, der Schnuffel. Schnuffel. Ja, hau mal eine rein, hä. Ist schon richtig, hä. Gute doch sowieso. Dachtel. Sieht zumindest aus wie ein Dachtel. Ja, mutierter Dachtel. Ja. Äh. Steher schlägt. What the fuck. Und? Ja. Das war so. Das war's. Das war's. Ich hab's nicht vorgeworfen. Der lebt noch, oder? Äh, der Hund hat Maschinengewehr Munition und der Weikapp. Aber wo ist die Frage? Na das. Ja. Ne, die hat Olli oben. Geht weg. Und. Ah. Auch ein Hund. Ja. 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 Was treibst du da unten? Spaß haben? Äh. Jetzt stirbt ihr. Meine Frisse. Ich hab doch AD drückt. Was möcht'n der überhaupt hier? Aha. Wie kann man an so einer Stelle bitte sterben, ja? Ich hab Hunger. Ja. Ja. Keine Ahnung. Du hast eh so viel Heilkraut. Ja. Wieder alles machen. Bist schon ein guter Teamleader. Ja. Haha. Wie geopert, ja. Aha. Geh vor. Ja, super. Ist aber wieder die Scheiße der Zwischenart. Mach du das. Ich. Kann ja gar kein Teamleader nicht. Schau wie einfach das geht. Eine Kugel. Zwei Hunde getötet. Ja. Und du brauchst eine halbe Stunde dafür. Mal noch ein klar. Au. Hilf mir. Hilf mir. Halt die Klappe. Ja. Es ist auch einfach. Ja. Ja. Nein. Ja du Depp. Ja. Das ist so einfach, hä. Ich geh jetzt auch da hoch. Ja ich tue mir die Hunde nie an. Ich kann mir auch schlecken. Warum? Da gibt's noch Schätze da unten. Ja. Hundehaufen wahrscheinlich. Der Goldene Hundehaufen mit Diamanten besetzt die Hundehaufen. Meine Ausweichskills sind phänomenal. Das ist nur ein Baubau. Ja komm halt her oder? Jetzt ist doch schüchtern auch noch. Schüchtern der Baubau. Der hat Angst vor deiner großen Panke. Der verarscht dich. Ja, geh halt jetzt. Jetzt geh auf die andere Seite. Scheiß Hund. Alles kein Problem wenn ich mit eingreife. Du kannst das einfach nicht. Verliegen Maschinen gegen Munition. Ja hier auch. Nimm's mit. Das ist schön wie du faul zum Laufen bist. Ja, ich hab da die Knee Boots. Ja du hast Turnschuhe, das geht schneller. Moment. Moment. Nein. Zoomer anwenden. Noob. Nein, das lernst du jetzt. Mach mir jetzt so lang bis du das kannst. Ich werf's gleich weg. Das hat dein Problem, du brauchst mehr Energie. Devois an dir hernehmen. Schmeiß es weg. Ach, da war auch was mit Click Time Event. Click Time Event. Hä? Wo bist du? Ah, da ist er. Ach, schon da. Raven läuft und läuft und läuft. Nein, 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 nein. Ja, schieß halt einfach drauf. Ich hoffe, bin ich da schon weglaufen. Ja, ne, nein. Nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Einmal so. Die lustige. Ich hab keine Taste gekriegt, Kunzifik's. Da musst du drauf schießen auf die Dinger, unterm Fahren. Macht's kurz Spaß. Mhh, hm. Shut up. sie war und hier geht und die gps-karte nicht so wer ist so am leuchter wer wohl auch du mal klar ich halte mich mal kurz blendet das? ja. cool. naja. weiß schon was kommt. ja. ups. ist denn noch was ne? jetzt blendet es. je dunkle das wird hinter mehrer blendet. echt blendet es? ja schon. ja ich würde sagen wir schneiden hier noch mal. weil ich keine ahnung habe wie lange ich schon wieder aufnehme. naja soll es mal gewesen sein wie es weitergeht präsentive 5 im koop erfahrt ihr in der nächsten folge. raven geht jetzt erstmal essen wahrscheinlich. oh man. also bis zur nächsten folge.